Ja, und damit hallo und herzlich willkommen in den, wie hieß denn jetzt die wuchtigen, nicht Witwen, ich will immer Witwen sein, Witwen, also wir haben wieder einen neuen Org, wollte ich gerade sagen, oh Gott, ich soll nicht so viele Spiele auf einmal spielen, hier haben wir glaube ich nichts Neues oder sagt der irgendwas Neues? Hallo, du suchst sicher etwas mit deinem Bananenmotiv, Moment, das ist mein Mittagessen, wie, das ist ein Mittagessen, ich will eine Banane sein, guck mal hier, und guck mal den hier, Luchador, Tiger, ja, ich kann deins doch nicht sehen, ah, ein Raupe meinst du, kann ich mich, achso, ich kann mich auch drehen, wusstest du das schon? Ja, ich mach den Tiger, ich mach dir den Tiger, Baby, aber der kostet auch, der Tiger kostet auch 600, ja, ich hab jetzt noch 11 übrig, ich bin bereit. Kannst mich mal, ich muss was gucken. Sum, Sum, ich kenne nur Sum, Sum von, äh, wie hieß der nochmal von Chip und Chip, die große Maus? Warte mal, was haben wir denn hier alles, da können wir noch was machen? Da können wir nichts mehr machen, ne? Ist das hier ein, ist das hier ein Bonus? Ach, das sind die Prüfungen, schnell weg, die will ich nicht machen. Wir fangen mal mit dem Ersten an, würde ich sagen. Oder warte mal, warte mal, warte mal, ich überrasche dich mal. Was war denn das gerade? Ah, wie geil, genau, stimmt die. Ja, die ist gut. Die kaputte Teetasse aus, äh, Schönhund das Bies. Ich könnte die SM-Katze nehmen. Was? Das ist keine SM-Katze, das ist eine Roboter-Kette oder so. Ja, aber die sieht so ein bisschen aus, als wenn die einen Lederanzug anhat. Mit Protektoren. Aber ohne Scheiß, das Gesicht ist genau das gleiche Gesicht, glaube ich, wie dieses Ding, was, äh, Lena damals als kleines Kind hatte. Oh. Und ich komm da mit der Tasse auf den Kopf ran. Bitte! Wer zur Banane bist du denn, Knappe? Gehörst du etwa zu dieser faulen Dattel-Vex? Der macht mir nämlich keine Angst. M-m. Ach, du bist das, nicht wahr? Sackboy, der, der Vex stoppen will oder beim Versuch hops geht. Oh, gut, dass du hier bist. Dieser Vex verbreitet überall nur Aufruhr und Unheil. Er ist hinter unseren Bananen her, ganz sicher. Aber er kriegt sie nicht. Glaubst du, du kannst ihn und sein Ungeziefer aufhalten? Dann leg mal los. Die Affen und ich werden dir die Daumen drücken. Aber als ob wir es gewusst hätten. Aber der Vex ist immer noch da draußen. Hör mal, guck dir mal die Farben an. Wir passen sowas von geil Tarnen-mäßig hier rein. Guckst du noch mit mir? Ja, ich muss mich aber noch probieren. Warte mal. Ich glaube, hier habe ich auch welche. Nein, nicht da runter. Oh, leg lieber mal los, Kleiner. Entschuldigung. Bis dann, sexbo. Der muss ja immer alles... Oh, falsche Tasse. Der muss ja immer alles alleine machen. Nein. Ui, hier kommt die fliegende Teetasse. Aua. Das läuft immer so geil. Aua. So machen wir es. Wissen? So musst du das demnächst auch machen. Was ist das denn? Ist das Käse? Oh, hier vorne, 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 vorne. Ach, damit du da hoch kannst. Dann kann man da hochgehen. Das ist Kleber. Das ist Kleber. Ne, das könnte wirklich... Na, da ist nichts mehr jetzt. Das ist Honig. Ach, Honig. Ja, Honig könnte es wirklich sein. Aber Honig und Affen, ja gut. Wie lange hält das denn? Keine Ahnung. Ich hoffe, den restlichen Weg überwarte. Ne, erstmal das hier, oder? Aber dann komm nach links. Du kannst, glaube ich, da hinten runter. Aber hier ist doch nichts mehr. Oha. Oha. Der hat so Dinger dran. Hast du mich jetzt die ganze Zeit gehauen, oder? Der hat mich jetzt die ganze Zeit gehauen. Ja, aber dann haben wir jetzt alles von oben nicht. Das koronen wir jetzt noch. Aua, Mann. Ich kann mich nicht bewegen. Nee, ach, Koronen. Unten fehlt die ganze Hälfte. Nein. Doch. Aua. Ach, ich bin auch tot. Ja, das ist so blöd, dass du dann gestanden bist. Dann kommst du zwar wieder, aber kannst dich nicht bewegen und bist dann wieder tot. Das ist total bescheuert. Ist immer noch drauf, das Gelbe. Aber das... Ja, Achtung. Die Frage ist nur, bis wo können wir unten gehen, damit wir... Warte mal, hier geht's auch noch mal runter. Lass mein Epi in Ruhe. Nein, hier unten. Geh doch nicht mal hin. Lass uns das doch mal systematisch machen. Machen wir doch. Nee, wir machen überhaupt nichts systematisch. Da oben noch, das... Huh, nein! Oh, 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 das war klasse. Was ist das für einer? Das ist ein... Lass uns doch jetzt mal endlich runtergehen, Mann. Ja, ist doch mal. Da ist ein Fragezeichen. Aber du gehst ja nirgendwo mit mir hin. Nein, die kann man nicht mitnehmen. Ich hoffe, das Fragezeichen tatsächlich immer Bonus oder so bedeutet. Guck mal, wie die aussehen. Meistens gibt's... Wie kommen wir denn da hoch? Ach so. Kletter mal hoch. Kommt die mal da raus? Warte? Kann ich springen. Jetzt? Ja, aber ich kann ja nicht da drauf springen. Ach doch, jetzt. Aber jetzt bewegen die sich, oder? Oder muss ich die nochmal bewegen? Aua, jetzt bin ich runtergefangen. Ach so, okay. Dann gehen wir hoch. Ich hab's nicht verstanden. Ja. Nächste. Weiter, weiter... Geh weiter nach rechts! Ach so, ja. Aber den oben weiß ich nicht, ob ich den... Ach so. Ah, okay. Ich hab's. Ich geh runter. Du fällst gleich runter. Aua. Ich wusste es. Mehr gab's hier nicht, nein. Komm, aua. Du sollst rausgehen und nicht hier blöd rummachen. Aber das wird wohl ein sehr langes Level, glaube ich, hier. Das ist irgendwie sehr... Komm, wir hier aber... Aber nicht nach rechts gehen, ne? Oha. Oha. Nee, lass uns erst mal nach links... Ah, nee, wir können, glaube ich, auch nicht mehr anders, ne? Da gibst du so. Warte mal, hatten wir... Oh! Das hatten wir schon, ja. Nee, hatten wir nicht, sonst hätte ich das jetzt gerade nicht machen können. Jetzt haben wir aber links noch eine ganze Sache noch nicht. Nee. Wir kamen doch von links. Ja, aber da haben wir doch die Hälfte gar nicht gemacht. Haben wir ganz viel oben noch nicht gemacht. Lass uns doch mal zurückgehen. Geh zurück. Wenn wir überhaupt noch da hinkommen, ich weiß nicht, ob das jetzt gesperrt ist. Von hier kamen wir doch. Tschüss. Von da sind wir doch gekommen. Ach so, hier... Ja, aber da haben wir ja nicht alles gemacht. Das sind drei Etagen. Wir haben ja nur eine gemacht. Nee, ist nur die Etage da drüber hier oben. Ah, die Schraube müssen wir machen hier. Hä? Nee, äh... Achtung. So, hatten wir die... Nee, von hier sind wir gekommen. Das hatten wir. Nee, das hat nur... Das hat er gezählt. Doch, das haben wir. Ich dachte, hier oben ging es noch viel weiter weiter. Nein. Du sollst doch nicht gehen. Folge der tropfenden Teetasse. Sie weiß auch nicht, wo es lang geht, aber sie findet immer den Weg. Das war jetzt hier, ne? Wo wir hoch müssen? Ja. So. Ich komme so ein bisschen fort, so ob ich eine kleine Biene wäre oder sowas. Ach, jetzt weiß ich, wie die das machen. Ey! Geht's noch? Kannst du mich mal nicht immer runterwerfen? Mach ich doch gar nicht. Ja, deswegen bin ich auch jetzt tot. Ey, guck dir die Aufnahme an. Ich schwör's dir. Du hast mich so oft getötet. Was machst du? Nein, bleib in der Mitte. Oh. Was war das? Wie kommst du denn mit diesem Wex ungeziefer voran? Bei allen meinen Bananen. Die sind vielleicht eine Plage. Aua. Weil du mich getötet hast. So. Hab ich gar nicht. Ja, das ist doch gut. Ich hab ne Möhre. Ich hau dich damit jetzt. So, da. So. Was sind die denn hier? Ich hab keine Ahnung. Die kam irgendwo raus. Ey, du musst recht die Sachen einsammeln. Nein. Wir gehen jetzt zusammen. Ey, Sack. Jetzt schmeißt der mich hier wieder runter. Wird nicht meine Bananen. Wir handeln damit. Fantasie. Ist hier noch was? Wir liefern sie in die ganze kunstvolle Welt. Ja, tatsächlich. Aua. Du hast dich bis zum Dschungel durchgeschlagen. Beachtlich, beachtlich. Warte, warte, warte. Das ist jetzt zum Werfen. Also sichere ich mein Überleben mit lokalen Delizitessen. Siehst du? Ich habe eine neue Bananensorte entdeckt. Was ist das denn hier? Warte, warte. Eine neue Bananensorte. Ich nenne sie Kartoffel. Der ist geil. Muss man hier irgendwas machen? Nein, nicht da runterwerfen. Oh, ich wollte den Typen. Jetzt hat der mich getroffen. Warte mal. Ich glaube, das brauchen wir irgendwo hier noch. Warte, hier sind die Schrauben? Da drüben. Oh, links. Links, links. Komm, ich will immer das Bild zur Seite machen. Oh, Mann. Jetzt habe ich gerade gedacht, du hast wieder gerülpst. Aber das ist eine Kröte. Ja, du kriegst es natürlich jetzt hier. Geh sie weg. Oh, du. Das ist doch nur eine Kugel, nur. Aua. Aua. Ich will doch da reinspringen. Mehr will ich doch gar nicht. Du kommst nicht rein. Du kommst nicht rein. Ich bin nicht mitgekommen. Wieso hat der dich jetzt hier ausgesperrt? Oh, scheiße. Hallo, ich bin nicht mit. Ja, ich sehste hoch. So. Du kannst mich nicht machen. Wir haben das Geldzeug noch. Das ist gut. Und dann ist ein Zweier. Sie macht nicht mich kaputt. So wie jetzt. Rechts, 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 rechts. Oh, das bin ich ja. Nein, was machst du? Wo bist du? Ich bin, ich hab's doch verkeilt. Verpeilt. Ich bin mit dir gelaufen. Ich warte auf dich. Ja, bis jetzt noch dauernd nicht. Ich bin tot. Du musst weiter, aber nicht sterben, bitte. Nach oben. Nach unten. Weil wir nach oben. Dann ist es gut, dass ich nach unten gegangen bin, weil... Oh. Ja, und du wirst wieder gestunt. Siehst du, das war ein blaues. So von wegen nach oben. Folge dem Fein und du wirst sterben. Das fürchte ich leider auch. Oh, diese Perspektive macht mich gerade wahnsinnig. Ich meine, das ist zwar irgendwie geil gemacht, ne? Aber ich werde hier gerade trotzdem wahnsinnig. Du machst das toll, Sackborn. Vielleicht mache ich dich ja sogar zum Ehrenmitglied des Ordens. Der gelben Halbmondfurt. Ja, guck nur beeindruckt. Hä, brauchen wir da zwei für unten? Warte mal, das grüne Ding da oben? Das ist doch eben so scheucht. Wo ist das, das Beenden ist da unten drunter, ne? Man kann ja aber von hier aus nicht... Ja, weiß ich nicht. Ja, sicher. Da steht doch beenden. Ach, da hinten? Ja, aber da brauchen wir doch zwei Leute, um da reinzukommen. Nein. Ach so, okay. Ich dachte, wir müssen auf das Ding, also auf die Pfoten drauf springen. Du musst... Aua. Schau dich mit meinem... Mit meinem... Mit meinem... Mit meinem Regenschirm. Hä? Oha, das war laut. Ich hab's wieder. Ich krieg's, du kriegst es nicht wieder. Ich hab's... Ja. Klau dir das jetzt. Boah, du... Nein. Ey. Das mach ich beim nächsten Mal. Das mach ich beim nächsten Mal. Ich hab die hier erwischt noch. Boah. Eigentlich bräuchte mir jetzt noch irgendwas Kleines. Ich hab irgendwie so die Befürchtung, dass das nächste jetzt auch so lange... Wieso haben wir jetzt einen nicht? Och Mann. Wir sind aber eigentlich ziemlich akribisch da... Ja gut, bis auf das eine Mal, wo du gestorben bist. Da kam ich da nicht mehr zurück. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Ey, das ist immer... Wieso kannst du dich immer bewegen und ich muss warten, bis der ganze Kletterraddatsch hier durch ist? Ach nee, das ist ja wieder dieses, was wir nicht haben wollen. Moment, ich bin sofort wieder da, ne? Ei, ei, ei. Das seh ich. Was denn? Das seh ich. Was, oder Mars? Ich hau ab hier. Ich bin doch nur geflogen. So. Ne, eine Banane haben wir leider nicht, ne? Ich könnte eine Anna sein. Warte. Oh ja. Dann kannst du auf jeden Fall erkennen, wo ich bin. Ich hab' ne Banane. Es ist da nicht Sekt-Boy, sondern Sekt-Banana. Banana-Boy. Banana-Sekt. Schlüssel. Oh nee, wieder fünf Schlüssel holen. Oh, oh. Oh, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nee, ne? Ach du. Können wir noch mal ein anderes Lager haben, vielleicht? Alles bist du schuld. Nein, mach die da. Mach die kaputt. Und das ist Sommers Rache. Keine Kamera. Guck mal hier. Wir sind hier unten, glaube ich. Komm, ich schleudere dich. Komm mal her. Guck mal, da oben musst du mich hin. Ach, du musst mich da über das Ding schleudern. Ach so. Ah nee. Ich hab das, ich kann das frei machen. Guck mal, geh weg. Komm. Was war das? Warte, ich mach das nochmal. Komm her. Ich kann das. Ja, aber wie, wieso kann ich das? Ach, mit der rechten, ah, mit dem anderen. Okay. Ihr habt die da reingeschleudert. Das war cool. Das hast du nicht. Ich hab den Schlüssel. Monty Sommers Rache. Warte hier, links war was. Wo gehen wir hin? Na, links oder rechts? Ja, rechts war auch was. Ja, ich denk mal, ich denk mal, geradeaus oben ist der normale Weg. Oder ist der hier? Uh. Aua. Warte mal, oder. Wieso sehe ich jetzt so weiß aus eigentlich? Uh, oder muss ich, äh. So, die sind weg. Oder müssen wir, äh. Rechts weiter. Aua. Ich bin der tote Banane. Geh nochmal ein Stück zurück. Oh. Was auf. Was auf. Na, wieso ist der so viel schneller als ich? Ja, geil, ey. Boah, ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Wir sind beide. Können wir den hauen? Ja, ich wollte schon sagen, hau direkt drauf. Egal, wer da gerade in der Nähe steht. Aber hier ist doch der richtige Weg. Hier wollen wir doch gar nicht hin, oder? Ich bin die Banane. Ach man, sag mir das doch mal. Was denn? Dass du eine Banane bist? Schatz, du bist eine Banane. Geh, geh wieder Hunsack. Geh wieder zurück. Das war hier, ne? Pass auf, der geht wieder hoch. Warte mal, ich glaub, hier können wir hoch. Warte mal. Ja, wir müssen hier hoch. So, jetzt können wir hier hoch. Aber wachsen die dann noch wieder? Oh, 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 oh. Aua, oa. Oh. Ich bin, ne, ich bin tot. Mann. Ja, aber ich hab das Ding, ich hab das Ding. Du erb mich. Warte. Du bist ne Kack-Kerze. Das beschädigt da oben. Ach stimmt, ich dachte, ich wär Kuchen. Ich bin ne Kerze. Wir müssen da oben noch hin. Ja, ich hol dich doch mal. Pass auf, pass auf. Das geht wieder. So, warte mal. Aber wir müssen da mal da hoch. Ja, warte mal. Müssen wir hier irgendwas spitzen? Aber warte mal, da kommen wir hier durch. Ich glaub, da müssen wir hoch, oder? Was ist denn? Ne, da oben ist aber ein Schlüssel. Müssen wir da schräg hoch springen? Ja, wir müssen das nochmal wegmachen. Nein. Oder wir müssen so. Schnell. Spring, lauf. Ja, ich springe und laufe. Oh, oh, oh. Kommst du da hoch? Aber wir kommen hier hoch. Da noch mehr oben? Ich glaub nicht, oder? Ne, dann. Ne. Pass aber auf, hier geht das hoch. Pass auf. Warte, warte. Jetzt. Oh, ach nee. Ach, der war das. Oh, hätten wir uns da dran hängen müssen? Ich glaub, ja. Ich glaub, ja. Nein, komm, wir noch mal wieder. Da vorn ist aber noch ein Schlüssel, oder? Ne, das ist nur was cool. Da müssen wir jetzt. Dann müssen wir die andere Seite noch machen. Die rechten Seite noch mal machen. Jetzt zurück. Aber erst mal hier hoch gehen. Boah, warte. Also du kannst schon mal, aber ich muss eben warten. Ich bin die Bananen, ich wollte nur sagen. Ja. Und wir beide zusammen sind Bananenkuchen. Muss man hier noch irgendwo hin? Ne, da nicht. Das hast du nicht verstanden, ne? Das war so klar. Ja. Aua! Wieso rollt ihr nicht da durch? Warte mal, ist ja recht. Da ist auch noch was. Guck mal hier, siehst du? Da ist nämlich auch noch was. Wir müssen in die Mitte. Wahrscheinlich, wenn wir das aufmachen, denke ich mal. Komm nicht hier hoch, oder? Oh, warte mal. Unten war aber noch was. Wir müssen ihn kaputt machen. Ich sehe aber hier unten nichts. Dann werde ich direkt getötet. Warte. Ja, den darfst du nicht. Geh weg, geh weg. Der kann nicht. Die kannst du nicht. Oh, warum ist der so viel schneller als ich? Und hier oben ist doch auch noch was. Ja, ne? Oh. Den darfst du nicht. Den kannst du nicht. Ich hab ihn. Warte, wir können wieder hochgehen, wenn wir... Oh, was ist da oben denn los? Boah. Ach so. Links müssen wir aber auch noch. Ach so, der macht das immer kaputt unten, okay. Hol du mal den Schlüssel. Ich geh mal woanders hin. Hier hinten war noch was. Ja, aber mussten wir nicht da rechts hoch, ne? Ja, aber das müssen wir noch machen, sonst gehen wir da ja nicht mehr hin. Ja, doch. Oh, shit. Ach, Mann. Da war der Schlüssel. Und jetzt müssen wir zurück. Ja, aber da rechts war doch trotzdem noch was, oder nicht? Ja, hier, komm mit. Ja, da hoch. Ne, hier hoch, meine. Da waren wir doch gerade. Ja. Deswegen sag ich ja, da war doch noch was. Oder nicht? Nein. Da rechts. Und du, du jetzt da. Warte, 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 ist das ein Bonus-Ding? Warte, ich muss... Das ist ein WC. Da kannst du auf Toilette gehen. Wie, das ist ein WC? Ja, da steht WC oben. Guck, ne? Da, ja stimmt, mit Pumpel. Ja, siehste, du musst... Das machst du. Ich geh nicht in die Kuake. Oh! Oh, oh, oh. Ich will da nicht hin. Was? Mexiko, Mexiko. Ich bin mit dir am Spielen. Scheiße. Mexiko. Nein. Los, los, los. Wir haben es. Schnell weg hier. Wieso spiele ich hier die ganze Zeit mit dir? Nein. Ich bin runtergefallen. Du hast mich runtergeschöpst. Du hast mich in die Kuake geschöpst. Ja, genau, weil du zu blöd bist zum Springen, habe ich dich runtergeschöpst. Aber nicht auf mich hören, weißt du? Ohne mich wärst du gar nicht hier hochgekommen. Wollte ich nur mal erwähnen. Ja, 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 ja. So, dann müssen wir in die Mitte, ne? Jetzt haben wir alle Schlüssel. Ne, warte mal, wir brauchen noch die eine Seite. Nein, wir haben noch jetzt... Oh, warte, dass du... Wir haben noch jetzt alle Schlüssel. Da oben. Da waren wir noch nicht, ja. Ja, da sind doch die Schlüssel. Ey, was sag ich denn hier die ganze Zeit? Da, siehst du jetzt die Schlüssel? Darum geht es doch eigentlich. Sonst werde ich noch gefressen von hier. Oh, oh, vielleicht ist es auch nicht da drin. Was ist hier? Oh, nein, wie er mich gepikst. Nein! Ach, ich hab gedacht, da kann man stehen. Ich dachte auch, dass man da stehen kann. Was ist denn das für ein Loch? Ja, da musst du irgendwie da drüber springen oder so. Aber du musst beim Laufen immer die rechte Taste drücken. Ah, das kannst du abschießen. Hier. Ich bin hier hoch. Zwischenpause mache ich hier gerne. Nein, es ist Ende. Tanzende Banane und tanzende Geburtstagskuchen. Ich werde ein Jahr alt. Siehst du das? Guck mal, wie gut die Banane war. Die hat sich nicht rausgehalten. Nein, die Banane war überhaupt nicht gut. Die Banane war scheiße. Guck mal, die war super. Die sieht auch super aus. Guck mal. Yeah. Ey. Ey, sieht man mich? Schade. Ich dachte, man sieht mich noch. So, Lieberin. Ich habe die jetzt mitgenommen. Aber wir haben alle drei. Aber wir haben nicht auf Goldschade. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Wir hätten wahrscheinlich noch mehr machen müssen. Ja, aber da... Ja gut, Gegner vielleicht noch. Naja, aber Gegner töten können wir auch nicht viel mehr. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wo ich mir aber sicher bin. Abgesehen davon, dass das Buch jetzt gerade wieder aufgeht. und wir in den wuchtigen Wipfeln. Diesmal sage ich es richtig. Jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Oh, Leute. Ey, den kenne ich. Den Affen kenne ich. Da gibt es doch diese... Sowieso Monkey heißt das doch. Diese Serie mit diesem Mönch. Oder was das war. Das sah auch so aus. Moment, hier. Das haben wir eben gemacht. Gut abgeschnitten. Doch. Das haben wir jetzt gemacht. Wir können das machen oder den hier. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir einfach beide. Wenn es zur Zeit... Genau. Ich dachte, du willst mich knutschen. Hab ich doch mit meinem Bananenknutscher. Du verseuchte, verrottete Banane, du. Ich hab mit meinem Bananenknutscher dich geknutscht. Das ergeht nicht mehr. Bis zur nächsten Folge. Wir albern noch ein bisschen rum. Tschüss. Und dann beide getroffen. Na super. Ja. Ja. Vielen Dank.